Es gibt eine Wahrheit über Studenten und sogar über Absolventen. Sie sind sehr stolz auf ihre Uni. Auf welcher Uni du gerade auch sein magst, möglicherweise findest du sie jetzt gerade unausstehlich. Doch wenn du sie abschließt und dein Diplom erhältst, wirst du es dir an die Wand hängen. Du wirst stolz darauf sein, dass du die Uni abgeschlossen hast. Du wirst ein Gefühl von Erfolg verspüren, ein Gefühl von Prestige. Deswegen wird die Abschlusszeremonie veranstaltet, damit du geehrt wirst. Das gilt auch für islamische Studiengänge. Wenn du deine Ijazah erhältst, bist du sehr stolz darauf, dass du sie von diesem Scheech erhalten hast, nicht wahr? Denn es ist eine Frage von Prestige. Wenn jemand die Universität von Harvard oder Oxford besucht, eine der Elite-Unis, ist er sehr stolz darauf, eine solche Uni besucht zu haben. Menschen sind stolz darauf, einen gewissen Scheech als Lehrer zu haben. Es ist eine Frage der Ehre. Wenn Allah sagt, dass er den Koran lehrt in Surah Ar-Rahman, wer ist der Lehrer? Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er der Lehrer ist, was sind du und ich dann? Wie geehrt müssen wir uns fühlen, wenn unser Lehrer Allah ist? Unser Lehrer ist Allah. Und dabei sagt er nicht, dass er den Menschen den Koran lehrt, dass er den Gesandten den Koran lehrt, dass er dich den Koran lehrt. Allah sagt, er lehrt den Koran. Wen lehrt er? Es wird nicht eingeschränkt. Die Einladung ist offen für jedermann, der lernen möchte. Allah hat die Tore nicht verschlossen. Wenn du 50 Jahre alt bist und du kannst den Koran nicht lesen, ist das okay. Okay, beginne jetzt damit. Schäm dich nicht. Fang jetzt an. Ein kleines bisschen. Und wenn jemand anderer zu dir kommt und sagt, ich bin ein Profi, ein Arzt, ein Ingenieur, ein Anwalt, aber ich weiß so gut wie nichts über den Koran. Ich kann ihn nicht einmal lesen. Das letzte Mal habe ich den Koran gelesen, als ich acht war. Dann sei nicht wütend auf ihn. Sage nicht. Astagfirullah, wie kannst du nur? Sei nicht zornig. Er kam zu dir. Respektiere ihn. Vielleicht hat gerade er bei Allah einen höheren Stellenwert als du. Er hat die Hijra zu Allah gemacht. Er ist auf seinen Stolz mit Füßen gestiegen. Er ist so gebildet in seinem Beruf. Aber er hat seine Unwissenheit vor jemandem anderen zugegeben. Das ist Demut. Und Allah liebt die Demütigen. Wir müssen solche Menschen ehren. Wir müssen solche Menschen einladen, sie willkommen heißen. Das ist, was sie zu tun haben. Denn unsere Ummah ist so. Nicht alle sind gebildet. Nicht jeder versteht die Bedeutung des Koran. Nicht alle wissen, wie man den Koran rezitiert. Nicht jeder kann sich den Koran merken. Weißt du was? Es ist deine Aufgabe, den Dien für alle einladen zu machen. Es ist deine Aufgabe, den Dien zu verkünden. Sei nicht wütend auf diejenigen, die nicht beten. Kümmere dich um sie. Wenn du dich nicht um sie kümmerst, wirst du sie nie zum Islam einladen können. Du kannst kein Dauerträger sein, wenn du dich nicht um die Leute kümmerst. Du musst dich um die Gesellschaft kümmern. Fahr nicht vorbei an deiner Nachbarschaft, in der es eine Bar, ein Club oder ein Wettbüro gibt. Und sage nicht einfach nur Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Du musst dich um sie kümmern. Es ist deine Nachbarschaft. Es sind deine Mitmenschen. Du musst dich um sie kümmern. Du musst sie einladen. Wenn einer deiner Kumpel an solche Orte geht, sag ihm, lass uns Fußball spielen gehen. Lass uns was unternehmen. Etwas essen gehen. Sei nicht wütend auf jene, die nicht in der Moschee sind. Auch sie sind unsere Geschwister. Auch sie sind unsere Ummah. Sie sind nur ein verlorenes Lamm. Das sind sie. Allah hat die Einladung nicht versiegelt. Nicht einmal für den schlimmsten Ungläubigen. Wie können wir dann die Einladung für unsere Brüder verschließen? Wie können wir nun? Wie können die Schwestern mit Hijab eine Frau ohne Hijab mit Verachtung ansehen? Vielleicht trägt sie keinen Hijab, weil sie das von niemandem gelernt hat. Vielleicht hat sie ihre Eltern gefragt, warum sie einen Hijab tragen soll. Und sie konnten ihr die Frage nicht richtig beantworten. Es ist eine berechtigte Frage und sie verlangt nach einer klaren Antwort. Und weil ihre Eltern dazu nicht imstande waren, denkt sie vielleicht, dass es keinen Grund gibt, Hijab zu tragen. Wer weiß, wenn jemand mit dir vernünftig gesprochen hätte, mit Respekt und Verständnis, würde sie ihre Meinung ändern. Wer weiß, deswegen müssen wir dieses Verhalten haben, Wallahi, das ist die Sunna unseres Propheten, den Menschen den Koran zu lehren, den Koran mit Liebe zu lehren, sogar jenen, die ihn hassen. Den Koran mit Liebe zu lehren, sogar jenen, die ihn hassen.